Der hat alles gefressen, das liebt von Ihnen, aber das stellen wir dann hier sehr nett. Das war ja dann schon wieder ein Fettnapfell. Nein, nein, das war kein bisschen wirklich reizend, das ist ja nett und ich schätze das auch. Aber er hat gerade gefressen und zu viel ist auch nichts. Ich wollte noch erzählen, ich habe nämlich auch...